Das neue Institut Francais d'Autriche befindet sich in der Praterstraße 38 im 2. Bezirk, in einem zentral gelegenen, dynamischen, aufstrebenden Viertel, welches leicht erreichbar ist, unweit der Wiener Ringstraße. In der Belle Etage eines historischen Gebäudes bietet das Institut Francais seinen Besuchern ansprechende, funktionelle und mit den Modemlichkeiten. Die geräumige, helle Mediathek ist für alle zugänglich und empfängt sie das ganze Jahr über. Hier finden Sie eine der bedeutendsten Sammlungen französischer Filme in Österreich und einen reichhaltigen Bestand, genössische französische Literatur, Krimis und eine hübsche Kinderecke. Sie können die Presse auch an einem gemütlichen Ort lern, unsere interaktive Leinwand testen oder bei einer Filmprojektion anwesend sein. Wir wollten eine Mediathek schaffen, die ein geselliger Ort ist, ein Raum mit Fokus auf die französische Aktualität. Die Studierenden und Lehrer finden hier ein zusätzliches kulturelles Angebot, das an ihre Niveaus und Bedürfnisse angepasst ist. Durch unsere Online-Netzwerke bringen wir unsere Nutzer und ehemaligen Studierenden in Kontakt.